Hm, schon gut, Moses. Ich kenne dich doch. Sag ruhig, was du wirklich möchtest. Ramses, da draußen, was siehst du da? Ein größeres Ägypten als das meines Vaters. Ich sehe etwas ganz anderes. Moses, ich kann nur mal nicht ändern, was du siehst. Ich muss die alten Traditionen aufrechterhalten. Auf mir lastet die Bürde, die Krone meines Vaters zu tragen. Hast du denn noch nicht verstanden, wer Sitos war? Er war ein großer Herrscher. An seinen Händen klebte das Blut von tausenden von Kindern. Ha, Sklaven! Mein Volk! Ich kann nicht länger feige in der Wüste verharren, während es leidet. Und zwar unter deiner Herrschaft. Also, bist du nur aus einem Grund zurückgekehrt. Du willst dein Volk befreien. Es tut mir leid. Ja. Ich hatte gehofft. Alles. Ich kenne weder diesen Gott, noch lasse ich dein Volk jemals gehen. Ramses, bitte, du musst auf mich hören. Ich werde nicht das schwache Glied der Kette sein. Sag deinem Volk von heute an, wird es Tag für Tag doppelt so viel arbeiten. Das ist die Schuld eures Gottes. Oder ist es allein... ...deine Schuld? ...geist. 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 Untertitelung des ZDF, 2020